Ich finde es ja manchmal auch interessant, Dinge abzumalen, also Dinge einfach wirklich runter zu kopieren, einfach so als kleine Fingerübung. Ich glaube, dass man auch besser zeichnet dadurch, dass man zum Beispiel mal ganz kleine Sachen groß zeichnet oder große Sachen klein und dass man so ein bisschen rumspielt damit. Also finde ich für so ein Skizzenbuch auch, nehmt mal diese kleinen Aquareg, das sind hier ganz kleine Mini-Mini-Verpackungen, dass man die einfach mal fünfmal so groß zeichnet und guckt, wie das geht. Ich glaube, das ist eine interessante Übung, die einen weiterbringt. Oder einfach Materialien, die man ohnehin verwendet. Also wenn man diese Geschichte hat, einfach mal abmalen. Warum nicht? Und mal schauen, wie man das so darstellt, wie man diese Geschichten gut darstellen kann.